Ich vergesse aber, worum es handelt. Aber ich fange einfach mal versingen. Und es fällt mir meistens während dem Singen. Ich bin gestern noch ein Bier g'ha' in der Beiz. Glaubt um eine Ecke, äh, dass ich den Namen jetzt nicht weiss. Da setzt sich ja, du glaubst es nicht, ich bin der Dings am Gleichlichtisch. Der Dings von mir, sein Name jetzt gerade oben fallen ist. Ähm, oh, du kennst nicht der, der bei dem Filmregie hätt geführt. Von dir mit dem Nackelhund, der dich doch so hätt g'lürt. Ja, eh, wie heisst es dir noch mal? Ja, wisse tue ich's schon. Es wird grad einfach hätt in dem Moment nicht rauskomm. Ja, eben, die, die spielt doch in nem anderen Film noch mit. Ähm, oh, du weisst doch, der, was ging's so schräge Reihen gitt. Da heim ich doch noch zäme mit dem Dings im Kino g'säh. Ja, dann schiessen sie zwei seit dem Signale nimmer mehr. Du weisst doch, wen ich mein, es isch ein mittelgrosser Mann. So mittelbreit mit braunen Haaren, jetzt streng dich doch ein wenig an. Äh, kennt der Dings von Zeugs, der wo so Sachen verkauft. Du weisst nicht, wer ja ein Landtonne gehörst mir überhaupt. Mit diesem bist du doch einmal n' gesunde Buch vorbei. Mit dem Titel Sakramente, wisch's denn nicht nur g'si. Ja, Gott, Fritz Stutz, du wisch doch, wisse, wie sie den hat oft. Der Dings von Zeugs wird ruhig, der wo so Sachen verkauft. Ja, Herr, Gott, noch einmal, isch du, ihr Schwule, der immer pennt. Das seien doch alles Leute, die jedes Neugeborten kennt. Komm zurück zum Anfang, vielleicht kannst du es kurz und fast verstehen. Jetzt weiss ich nicht mehr, mit was, dass ich die Geschichte angefangen habe. Ich sage immer, mit was, dass die Geschichte im Gehort. Ich sage das, dass die Geschichte im Gehort. Vielleicht nicht. Ich sage das, dass die Geschichte im Gehort. Ich sage das, dass die Geschichte ansl 돈, wie sie das her oder die Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020